Tag zusammen und willkommen zurück zu Hearthstone, Heroes of Warcraft. Heute wieder eine Runde Arena, heute ist Freitag und das ist vielleicht die letzte Runde, vielleicht aber auch nicht. Wenn wir Glück haben, ist es nicht so. Und dann gucken wir mal, was wir da jetzt reißen. Natürlich wieder mit meinem Krieger, mit dem genialen Deck, was mich erst zwei Niederlagen gekostet hat und zwei Siege. Eigentlich ein guter Schnitt, ne? Zwei Siege, zwei Niederlagen. Wenn ich jetzt nochmal gewinne, Alter, dann habe ich meinen eigenen Arena-Gewinn-Rekord gebrochen. Und dann, wenn ich jetzt verlieren sollte, machen wir nächste Woche, die ganze Woche, glaube ich, gewertete Spiele. Damit ich auch mal vielleicht einen Kartenrücken gewinnen kann. Ich habe immer noch den Standard-Kartenrücken und das ist manchmal ein bisschen peinlich, gegen die Leute zu spielen mit dem Standard-Kartenrücken. So, ich bin wieder als zweites dran, das ist sehr schön. Ich habe direkt eine 1er-Spott-Karte. Das finde ich auch sehr schön. Und ich spiele gegen einen Druiden, der Overlord heißt. Ja. Ich bin ganz seiner Meinung. Ja, ist gut. Hast du eben schon gesagt. Einfach zocken, Junge. Einfach zocken. Nicht hier rumlabern. Ein Angriff und ein Schild kriegt er jedes Mal, wenn er das macht. Na? Aber nur für den Zug kriegt er einen Angriff, das ist schon mal sehr schön. Das hier war... Nee, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Oh Mann. Halt dein dummes Maul. Hast du das, ne, wenn die uns so scheiße die ganze Zeit machen? Das war's. So. Jetzt habe ich schon mal einen Spott und ein Gottesschild. Das ist schon mal sehr schön. Dann habe ich in der nächsten Runde vielleicht einen Ansturm. Und hier habe ich noch einen Ansturm. Das ist auch sehr gut. Ansturm. Hey. So. Mal gucken, was das wird, diese Runde. Oh. Was für den Spaß die, ey. Ich hasse das. Nur so ein ADHS-Kind wieder. Juckt mich nicht. Juckt mich nicht. Ein Schaden zu. Nee, bringt mir alles nichts. Ich könnte jetzt mit ihm... Aber der hat fünf Leben, ne? Das muss so oder so zwei Diener opfern. Aber ich kann ihm hier dann noch zwei Angriff machen, ne? Ja. Ah, nee, kann ich nicht. Egal. Kostet meine Schaden. Das macht alles gar nichts. Ach doch, das kostet ja null Mana. Bin ich dumm, ey. Egal. Vielleicht kommt ja noch eine bessere Karte, für die ich das nutzen kann. Ich hätte natürlich auch spalten können, aber das hätte, glaube ich, nicht so viel gebracht, ne? Fügt einen, die dann zwei Schaden zu, wenn der stirbt. Oh. Die müsste ich mal zum Schweigen bringen, vorher. Ein Schleim brauche ich jetzt nicht. Vernichtet einen Diener mit... Ja gut, aber dafür werden meinen anderen Dienern einen Schaden zugefügt, ne? Zwei Schaden sogar. Okay, da muss ich zuerst angreifen. Das heißt... Aber warte mal, das Leben kann ich unter eins fallen, das ist auch nicht schlecht. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Drei Mana habe ich dann noch übrig? Hm, das reicht nicht. Ich bräuchte ja fünf Mana für den hier. Ah, fuck, ey. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Erstmal... Ach komm, dann. Machen wir zu. Das ist jetzt auch scheißegal. Dann setze ich mal... ...den Schleim. Ja, 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 ja. Schild und fertig. Ich war jetzt ein bisschen durcheinander gerade. Ich wusste jetzt viel. Ey, fertig. Hab ich schon gesagt. Mal gucken, was wir jetzt machen. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen Scheiße gebaut. Ich hätte es besser lösen können, aber ich war jetzt ein bisschen unter Zeitdruck. Ich hatte Zeitdruck, man. Was machst du denn jetzt? Wird aus, Anschluss oder so? Zwei Leben, Spott. Okay. Er hat Spott genommen. Sechs Leben hat der jetzt, ne? Spalten kann ich nicht benutzen. Ein Schaden zu plus zwei Angriff sind fünf. Meine Klinge ist durstig. Weil der eh geopfert wird. Macht das nix. Schild und fertig. Okay, es sieht gut aus, Alter. Bis jetzt. Das ist zwar schön, dass ich jetzt eine siebener Angriffkarte habe, aber die hat auch nur vier Leben. Okay, jetzt hat er neun Malerkristalle. Alter, siehst du, genau das meinte ich. Sowas von asozial. Dafür hat er sich jetzt nochmal zwei extra Malerkristalle gegeben. Was macht nix. Hab genug Schild. Äh. Scheiße. Egal. Egal. So, weiter. Mach. Mach wat. Sonderlieferung. Oh Gott. Super behindert. Mit zwei Angriff nur Scheiße, ey. Wenn ich mir plus zwei Angriff für diesen Zug... ...bringt mir immer noch nix, Mann. Oh, ey, ist behindert. Ja, jetzt soll ich machen. Kann ja nix machen. Kacke, Mann. Kacke. Ich kann jetzt immer nur mein Schild aufrechterhalten, damit es immer höher wird. Aber er macht in der Zeit auch sein Schild immer höher. Aber nur um eins dafür. Ich mach mein Schild um zwei höher. Nur ich und Herr Weißerchen. So. Jetzt hätte ich ihn gebrauchen können. Den Kodo. Zu der Kodo. Ja. Ah, er hat die selbe Karte. So. Er greift nicht den Diener an. Da bin ich ein bisschen überrascht. Der will mein Schild weg haben. Bringt einen Diener zum Schweigen. Aber es gibt keinen, den ich zum Schweigen bringen muss. Spalten. Sehr schön. Schon mal einer weg. Plus zwei Angriffe in diesem Zug. Aber der hat da fünf Angriff liegen. Was mir nicht so besonders gefällt. Bringt einen Diener zum Schweigen. Ja, toll. Weil der hat vier Angriffen. Eure Magie wird euch nicht retten. Die Natur wird sich gegen euch erheben. Äh. Bringt mir alles nicht viel. Ich muss jetzt den mit dem meisten Angriff haben. Und schön. Egal. Ich muss erstmal seine Diener wegkriegen da. Mal gucken. Ob wir das so hinkriegen alles. Weil umso mehr Diener der Feind hat, desto schlimmer ist es natürlich für mein Leben. Nichts. Man kann auch eine Legi bekommen. Für die Arena. Fünf Mana kosten meine Karten jetzt mehr. WTF. Der kann nichts mehr. Der kann nichts mehr machen. Du brauchst gar nicht lesen. So, jetzt wird er mich wieder direkt angreifen, denke ich mal. Damit mein Schild weg ist. Sag nochmal, die Natur wird sich euch ergeben. Äh. Ihr werdet euch... Oh, nee, warte. Was sagt der immer? Ich will den vergessen, obwohl er das schon so oft gesagt hat. Meine Karten kosten jetzt fünf Mana mehr. Welche Karten denn? Zauber. Achso. Zauber. Ich kann jetzt zwei Angriff geben, dann hat er sechs. Dann kann ich seine Legi schon mal vernichten. Teilen, Diener, zwei Angriffen, diesen Zug. Achso, ich kann hier sogar richtig viel Angriff geben, aber es bringt mir nicht so viel. Dann nehme ich erstmal den. Ach, gegen euch erheben, hat er gesagt. Das ist nur für einen Zug. Deswegen machen wir jetzt Schild und fertig. Er hat immer noch 30 Leben und er hat schon 18. Ausdrucken auf 18 runter. Aber da werden ja noch vier Rüstungen. Also jetzt rein theoretisch hat er 22 Leben. Ich habe 32. Verstohlenheit 5,5. Dagegen kann ich erstmal nichts machen. Er wird jetzt wieder mich direkt angreifen, glaube ich. Ja. Jetzt kriegt er mir einen Schaden. War relativ dumm. Ach nee, ich hatte ja zwei Schilde, ne? So war das jetzt. Spott, Wutanfall, plus drei. Können wir eigentlich nochmal machen. Da ich jetzt eh nichts machen kann, werde ich ihn direkt angreifen. Dann Schild und fertig. Er muss jetzt mal einen Spott angreifen und er müsste die eigentlich mit dem Tiger angreifen. Außer er hat eine Zauberkarte im Moment ja wieder eine von mir vernichtet. Okay. Und er vernichtet natürlich genau den richtigen, ist ja klar. Ist ja loben. Fick dich doch weiter. Fick dich doch weiter. Fick dich doch weiter. Ich habe aber selbst keinen Diener auf dem Feld da. Oh, heilt doch mal dein Maul. Das ist so ein Wichser, ey. Das sieht schon mal jetzt gar nicht mehr so gut aus. Jetzt habe ich den Arcan-Schnitter. Der mir allerdings nicht so viel bringt, wie ich es gerne hätte. Das kriegt mir eigentlich fast gar nicht. Außer, dass ich ein bisschen Leben abgezogen habe. Aber er hat immer noch acht, neun, zehn Leben, äh zehn Angriffe auf dem Spielfeld liegen. Und dann kann er ja noch selbst einen Angriff machen. Heißt elf Angriffe hat er halt zur Zeit. Das ist, äh, scheiße. Die nimmt jetzt wieder zurück. Warum auch immer. Ach, weil er damit wieder einen zweier Angriff üben fand ich, ist dann gar nicht so dumm. Gar nicht so dumm, würde ich mal sagen. Ein Schaden bringt mir nicht sehr viel. Ich glaube, ich kann nicht einen Diener vernichten und drei Schwächen. Mach ich aber trotzdem. Ich habe ja eh nichts anderes letzter Zeit. Ah, ich muss den Spott angreifen. Egal, er hat nur einen Angriff. Damit habe ich jetzt zwei Diener von ihm vernichtet. Jetzt hat er aber immer noch zehn Angriff. Oh, das ist so heftig viel, ne? Elf Angriff hat er ja sogar, spinnt. Heftig. Ansturm mit zwei. Boah, das bringt mir überhaupt nichts. Außer, dass ich so einen Typen da vernichten kann. Für den König. Für Ehre. Habe ich nochmal vier Angriff. Ja. Lol, das war ja schlecht. Ich habe doch ihn angegriffen, oder nicht? Hä? Irgendwas ist jetzt gerade schief gelaufen. Und zwar heftig. Guck mal, statt der mich jetzt einfach angreift, ne? Muss er nochmal alle Karten ziehen, die er hat. Ich habe verloren. Aber das macht's nicht. Wir kriegen unsere Belohnung für die Arena. Und, Level Up? Ja, nochmal Level Up. Level Up. So. Mal gucken, was wir jetzt bekommen. Dreimal verloren. Das heißt, wir machen jetzt... ...unser Schlüssel auf. Was bekommen wir jetzt eigentlich? Zwei Würfel. Ein Pack. Und 50 Staub. Fertig. Dann öffnen wir das Pack mal direkt. Guck mal, was da drin ist. So. Golden und Gewöhn. Oh. Für den Hexen meistens eine goldene Karte. Er hätte jetzt mal... Wenn... Was? Wenn euer Held während des Zuges Schadener leidet. Anstrumpfspot. Sehr schön. Für alle Klassen. Jetzt mal plus einen Angriff, wenn euer G-Main-Zauber wirkt. Die ist jetzt nicht so schön. Oh, selten. Chiefs. Jeder Spieler zieht am Ende seines Zuges Karten, bis er drei auf der Hand hat. Und... Nochmal golden. Anstrumpfspot. Schön. Aber keine Ledgy diesmal. Ist aber nicht ganz so schlimm, weil die Chance, dass man Ledgy kriegt, ist ja auch nicht so besonders hoch. Gut, Leute. Dann spielen wir ab nächste Woche wieder ein gewertetes Spiel. Wir sind ja... Was sind wir für ein Rang? 25 mit zwei Sternen. Das heißt, wir müssen einmal gewinnen, dann sind wir auf Rang 24. Und ich glaube, man muss 23 oder 21 sein. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Müß ich nochmal nachgucken. Aber, ähm... Das sehen wir dann nächste Woche. Und ich sage immer, danke fürs Zugucken. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Hearthstone Heroes of Warcraft. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.